so ich werde immer wieder gefragt bezüglich pipe drive immer wieder kriegter fragen von einigen meiner älteren kunden auch die schon seit längerem benutzen und die sagen zum beispiel einem eine dieser hot points ist es aktivität also aktivitäten das ist nicht so ich nehme mein eigenes account so zum herzeigen das ist so dass wenn ich sage diese woche sagen wir hier zeitraum letzte woche ja das ist so dass wenn ich jetzt zum beispiel hier mal ein zeitraum nehmen von erster bis elfter dezember dass ich eine ganze menge aktivitäten habe die durchgestrichen sind das wird sehr unübersichtlich das lässt sich sehr schlecht lesen und das ist eben so dass die grunde stelle von pipe drive so ist dass die durchgestrichen werden sobald der zeitpunkt überschritten wird eine aktivität so dass du das dann alles erledigt und deswegen durchgestrichen ja und du kannst ganz einfach hier bald theoretisch sagen und hierbei erledigt aktuellen wert zu erledigen das ist jetzt auch erledigt siehst du hier oben grün dann könntest du jetzt hier glaubt draufklicken zu erledigen und dann 39 bearbeiten bearbeiten bestätigen und dann hast du hier automatisch ja alle dann so dann löst sich das ganze auch noch ganz so wieder lesen ja und dann ganz noch zusätzlich sagen als nächsten step zum beispiel okay die und die die und die firma hier zum beispiel die firma die drei ansprechpartner die möchte ich gerne erledigen in einem fälligkeitstermin der jetzt nicht gerade heute ist sondern sagen wir mal hier im februar am sechsten februar also was dann mache ich hier diese drei und dann bestätigen und dann verschwinden die bus ja schwupp 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 verschwinden die von dieser liste also soviel dazu den aktivit ist es ist so ein bisschen häufig diskutiert das thema bei bei pipe drive crm diese aktivit ist die manchmal etwas unübersichtlich werden können wenn man eben nicht genau weiß wie man damit umgeht und also bei fragen einfach in die kommentare oder mich kontaktieren für ein kostenloses gespräch bis dann ciao